Ich bin Christina Vogel. Ich bin zwei Olympiasiegerin und wenn man es ganz streng nimmt, dann 17-fahre Weltmeisterin. Und ich hatte 2018 einen schweren Schicksalsschlag und bin seitdem querschönsgelähmt. Und ja, jetzt rolle ich durch die Welt mit meinem Rollstuhl und versuche die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen. Ich bin ehrlich, wenn es so darum geht, Kreuzfahrtschiff, ja nein, macht Urlaub vielleicht Spaß, ich gefeuert, doch ein bisschen skeptisch war auch. Klappt das dann so mit dem Rollstuhl, sind die Zimmer und ist alles so barrierefrei und was nicht. Und so bin ich hergekommen und habe dann auf einer Schwester Riederkosma meine erste Rundfahrt machen dürfen und ich bin sowas von begeistert. Ich habe mich noch nie irgendwo so wohl gefühlt, weil ich sage, das Schiff ist so 90 Prozent barrierefrei. Ich fühle mich einfach so aufgehoben und weiß, ich kann hier wirklich abschalten und Urlaub machen und so sollte es doch eigentlich auch sein. Man hat Ruhebereiche, man kann schön draußen liegen und sich entspannen, man kann ins Bar gehen und das Schönste überhaupt, was ich festgestellt habe, ist an Kreuzfahrten, dass dein Hotel ja mit dir rumfährt. Dass du ja am Tag irgendwo anders dann die Stadt erkunden kannst, vielleicht auch Plätze siehst, die du niemals gesehen hast und dann wieder ins Hotel gehst und das Hotel fährt wie irgendwo anders hin. Und das finde ich, finde ich eigentlich cool, weil man so viele Fliegen bei einer Klappe eigentlich ausschlägt. Mein Leben hat sich mit meinem Unfall radikal geändert und eigentlich auch gar nicht. Ich habe, glaube ich, den Unfall irgendwie gebraucht, um mich so freizufühlen, um festzustellen, dass ich was echt Geiles gemacht habe. Ich war zum Ende wirklich wie in so einem Tunnel, in so einem Hamsterrad gefangen von Druck, der mir von außen gegeben worden ist, den ich mir auch selber gemacht habe und dass ich das gar nicht mehr genossen habe. Und es ist blöd, eigentlich zu sagen, dass man so einen lebensverändernden Unfall braucht, bei dem ich fast gestorben bin, um festzustellen, was für ein tolles Leben ich hatte. Ich habe festgestellt, dass viele Angst haben und auch teilweise auch Vorteile haben von Menschen mit Behinderung, die anders sind. Aber nur anders sind, weil wir damit gar nicht aufwachsen. Und darum geht es mir einfach auch, dass ich Vorurteile abbaue, Menschen, die Angst nehmen, auf mich zuzukommen, zu fragen, kann ich dir helfen, kann ich dir nicht helfen. Und ich glaube, wenn wir uns alle besser kennen würden und wenn wir uns alle trauen würden, noch in so einer zuzugehen und diese Ängste abbauen würden, dann wäre die Welt doch viel besser, als sie gerade ist, oder? Mein Ziel jetzt ist einfach glücklich sein. Dass ich Dinge packe, weil sie mir Spaß machen, weil ich das Gefühl habe, ich kann mir etwas verändern. Und mich nicht mehr so gedrängt fühle mit ich muss, sondern ich habe in meinem Leben viel gemusst, ich habe gezeigt, dass ich es kann und jetzt muss ich gar nichts mehr haben, ich kann nur noch.